hallo leute und herzlich willkommen bei dem footdraft simulator von fifa 17 dieses challenge mit pogba ja ihr weißt pogba hasard und co und ich werde dieses challenge noch weitermachen deswegen habe ich ja schon angefangen und wir haben einfach ibrahimovic und die besten kapitän und ich den safe ibrahimovic mit das ist safe weil ja der linkt ja auch dann und ich muss sich nur so und dann noch was da gibt es ein geiler leg von türkei mannschaft gar das ist dann wohl und schneider der ist eine neue informe die kriege schon applaus tiago neue info wenn ich jetzt hier noch aber nur in normal dieses team gefällt mir jetzt schon ein bisschen nicht so aber es ist richtig geil für mich reines kaufen neue inform dann nimmt jemand der mit ich hab hier ich muss jetzt mal neu an okay das ist richtig geil ich hätte ich den deutschen keeper genommen scheiße ich dachte die gefällt dir als ob ich krieg hier ja nur gar das ist ist auch neu roland und will ich gar nicht mitnehmen weil ich krieg den ich krieg den immer und den holen ich immer diesmal hol ich dann ich hab fernandinho wenn dann die nein okay weil man die schon hat aber das ist richtig schlecht sein deswegen tue ich den einfach nur im bank weil den habe ich immer und dann krieg ich doch ja den der da kommt safe rein aber machen minus okay dieses drauf ist einfach richtig scheiße für mich ja ich werde noch ein versuch machen let's go ok 433 oh ich krieg schon mal össlich ist der ist richtig geil damit können wir mal nehmen wir mal chaka mit nehmen wir den damit dann nehmen wir meinen name auf komm ich nehme die mit das war das hier jetzt kommt als ob sturm ist einfach richtig geil Arsenal spiel bitte scheiße 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 gott wie soll ich hier nehmen ich habe jetzt irgendwo eingenommen als ob ich krieg jetzt hier nur ich brauche hier court 2 bitte court 2 aber bravo richtig verteidigung ist schon gut aber nicht für chemie david luis okay noch ein verteidigung bitte jetzt kommt die mittelfeldspieler dran isco ich bin auf 187 und let's go ich nehme den mit und du den da rein ich nehme den ball und pschu der redet zu viel wenn du hast du alles in deinem pelerien digga oh komm wir ficken rum wir ficken rum wir ficken 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 rum der soll schlecht von mir aber der macht eigentlich mehr ja oh mein gott petre tschächtige autor grießmann ich habe jetzt kein platz aber der wird ja mehr chemie bringt oh mein gott digga nein 7.90 ich muss jetzt hier wieder was ändern jetzt aber wann habe ich levandoski digga wir ficken die ganze nacht ole 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 wir haben schon mal nach halb acht sind drin halb acht halb acht 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 wow das hat nicht 100 3-0 jetzt ich kann hier vielleicht nichts mehr ändern und vielleicht ja Roberto Carlos rassiert euch alle denn lasst keinen ball durch 100 chemie hey yo okay okay da hätt ich wen okay grießt man oh mein gott ey dieses team ist einfach abnormal ja mein team war auch abnormal ich hab alles abnormal okay mein handynummer ist 0 4 3 5 2 4 0 4 0 könnt ihr mich dann rufen zwei stern schnuppen hat nichts gebracht oh mein gott ja man össi die geile team auf der gruppe ist sein profilbild ist eigentlich voll geil dass er so okay nein also ich verliere hier gerade bitte 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 ja bitte ja mal leone und engolo karty die besten spieler und boom haben wir es schon mal wieder gewonnen dieses komplette drafts oder was ist das hier habt ihr schon wenn es die kirche also geht es ist das beste ist glaube 100 kass hat nee ist es nicht 50 kass hat okay das war's mit dem video wenn ihr mehr sehen wollt von futschle ich habe gerne in die kommentare gibt man schon daumen hoch und abonniert mich bis hier im video beschreiben und wenn ihr mehr sehen wollt und haut rein und 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 und